Norddeutscher Rundfunk Jeder kommt hier als junger Athlet, als junge Athletin herein und hat ganz klare Vorstellungen. Sie wollen nämlich alle Olympiasieger, Weltmeister, zumindest im Weltcup erfolgreich realisieren. Wir begleiten dabei. Wir können nichts versprechen, aber eines braucht es unbedingt. Und zwar einen eisernen Willen. Sie müssen jetzt anfangen, ein Rennen zu fahren. Sie müssen eine Gaudi haben am Rennen. Und Sie müssen beim Rennen einfach brachial reintreten. Ich bin jetzt wirklich da rausgefahren. Eine Sekunde. Nein. Das Problem ist einfach, dass andere Nationen schlafen noch nicht. Wenn im Glas nichts mehr rein ist, ist das nichts mehr rein. Da läuft jetzt immer alles los. Und? 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 Ich muss nach dem Skifahrer gerne mehr schaffen. Mhm. Vielleicht habe ich zwanzig Kugeln nachher am stehen. Und vielleicht habe ich keine einzige. dich mit der Sch Balance im Sicherigkeit wieder Nepской Bölen days incredible. Ich bin jetzt gleich vor песinen. Und die Schäger schauen! Ich bin jetzt halt bei dir. Es geht direkt hin? Vielen Dank.